Augen auf, Sie erwarten uns. Wir folgen. Ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play Rainbow Six Vegas und wir haben gerade die Geiseln gefreit und wir sind jetzt hier weiter. Gucken wir mal, was uns erwartet. Oh ja, äh. Oh ja, ich denke mal, es hat uns zu spät. Verstanden! Los, Bewegung! Bestell sich! Lass es auf. Lass es auf. Sie kommen über die Flanke! Läuft der mir voll rein. Ja. Gucken wir mal. Wie geht es hier denn? Oh, da ist es nach. Bewegung! Geh mal da rüber. Oh, da ist es nach links. Tango ausgestaltet! Und dann haben wir. Ja. Gucken wir mal weiter hier, ne? Gießen wir mal da hinten rüber. Rücken ab. Oh, da kommen sie schon runter. Ich treffe hier auch wieder nix. Ah, da sind wir jetzt schon. So, toll. Gucken wir mal da rüber. Hier wird... Hinten nicht. Hinten nicht. Hinten nicht. Die Verteidigungsstellung! Ja! Ah! 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 Schieb mir von überall! Also Leute hier geht mal da! Hinten nicht! Ist das einer bewegt? Oder nicht? In Position! Ist das alles! Ich könnt ja gar nichts! Ja... Verdammt. Ich bin gerade ein bisschen... Weil ich hier nichts sehe. Los, los, los! Ja. Ähm. Das mit den Geisen ging ja gündlich schief. Wer kommt jetzt mir? Bin bei dir! Also ich immer meine Leute vor sich störe. Aber jetzt? Boah! Klar! Wieso bräuchte ich, wenn man so viele Kugeln fügt. Ich spiele etwas realistischer. Verstanden. Das reicht fürs Erste! Gehen wir da runter. Ups. Ja. Das ist jetzt sehr gut. Na toll. Leerer Raum. Komm. Ist das jetzt die Strolle? Naja. Na toll. Ups. Der hat mich nicht gut sehen gehabt. Ich hätte hier eigentlich auch was. Ich glaube ich muss echt auf Sturmgewehre wechseln. Und es werde besoßen! Den Finger nicht vom Abzug nehmen! Nicht zur Ruhe kommen! Ach. Die Fall! Kämpfe runter! Und wir in die Decks nehmen! Ich hoffe das Luft hier keiner jetzt erwischt. Und weg hier! Oh! Geht in Deckung! Lade nach! Naaah! Was hat mir das? Halt sie euch! Lade nach! In Verteidigungsstellung! Die sollen mal irgendwie nach vorne rücken. Los, los, los! Los, los! Los, los! Positiv! Und es werde besoßen! Kein ausgestaltet! Lade nach! Das gefällt mir nicht mit der Klappe da. Hier geht's weg! Los, das was ist nicht! Lass mal zu die Tür, vielleicht hören wir dann was. Was? Ah! Ah! Die sollen... Im Eisheim! Ich setze mich in Bewegung! Ah! Und dann runter, okay! Tango! Schieben wir gerade hier! Scheiße! Ah! Die schießen jetzt von da! Scheiße! Jetzt sind beide down! Ah! Nachladen! Wo sind die denn? Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da hinten! So, der ist hier. Oh! Da hinten! Oh! 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 Oh, da sind auch ganz viele! Ah, guck' ich mal die boh' mit meiner Vor! Oh! Die wiederbelebt! Die wieder! Die wieder! Die Blindgranate wäre jetzt eigentlich nicht schlecht, aber... Und ich bin tot. Ja, super. War ja klar. Oh Mann, die Blindgranate da nicht gewirkt. Naja, machen wir das nochmal. Wo sind wir? Oh, ganz am Anfang wieder. Ja, gut. Wir machen das Ganze nochmal. Nee, ich wollte nur erinnern, dass die nicht auf alles schießen, was sie jetzt direkt sehen. Nur, dass wir uns da ein bisschen entlang schleichen können. Los, los, los. Logan, da sind Tangos auf dem Dach. Sie kommen in deine Richtung. In Position. Warum habe ich jetzt das falsche Visier? Irgendwas stimmt hier nicht. Na ja. Reicht ja auch noch hoch. Die möchte ich jetzt gerne irgendwo da hinten haben. Sir. Den Raum kennen wir ja schon. In Position. Versuchen wir das Ganze mal leise. Ah. Hm? Hab ich den jetzt erwischt gehabt oder läuft der da noch dumm rum? Tango ausgesichtet. Der läuft tief dort noch rum. Da soll einer sein oder wo? Da sind meine Jungs dann irgendwo. Oh. Hier oben ist noch einer. So. Schick ich ihn los. Komm es schon. Ja, weil gleich kommen ja irgendwie hier noch Leute vom Dach. Genau jetzt. Tango ausgesichtet. In Position. Kämpfe runter. Wir haben sie. Tango aus. Ja. Macht schon. Ähm. Warum laufen jetzt da hin? Da ist einer hier oben. Kümmer dich um ihn. Jawohl. Jetzt. Wollen die auf alles hin. Was sie finden. In Position. Ich werde wohl weiter das gehen. Ohne Schalt Dämpfer. Wird erledigt. Auf dicken Gewehr komm ich nicht. Klar. Ähm. Wo sind die denn immer? Okay der ist auf der Treppe. Wieso konnte ich den nicht gut anwesieren? Bewege auf. Rücken ab. Gegen nach der Bosse. Den Position. Kontakt rein rein. Los. Wohin. 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 Oh. Äh es ist echt wieder. Hoche ich. Hoche. Die sind jetzt wieder hier. Dass die jetzt mal ein bisschen hier hoch kommen die Feinde. Aber ich glaube es wäre nicht. Jaaa mann. Ich sehe da hier nix. Also es ist echt gerade eine schwierige Stelle. weil die sicht ist echt mies die steuerung noch ein bisschen mieser und ja ja ich weiß man sollte sich auf die steuerung schieben das ist gerade wirklich ein bisschen so ich gehe irgendwo in deckung kann daraus nichts sehen und die beschießen mich trotzdem hier kann ich zurück in deckung gehen sicher nicht stehen jetzt oder nicht das sieht tot aus wo es ein land aber los kontakt ich stehe jetzt mal auf einzelfeuer um ich weiß noch nicht was ich mit meinen jungs machen soll vielleicht sieht man dann mal eine waffe aber das war es auch ob ich mal das überlegen das scharfschützengewerken hat sich das g36 echt gut finde ich nicht schlecht bei mir neulich haben wir noch mal wo sind die denn hier noch hier da ist noch einer da um sehe ich da unten ist noch guck mal diesmal die granate weit genug kommt ja mal hier weiter hat man doch genau das ist hier der raum nur zurück schießen nur zurück schießen schalldämpfer positiv schalldämpfer schalldämpfer gucken wir mal ob wir es schaffen ohne dass wir sie aufschrecken im eilschritt tja in position ja manchmal glaube ich die karriere ich gehe nicht weißt du was die cops machen die halten sich noch zurück aber geh nicht ans fenster die haben scharfschützen worauf warten die emilio sagte die würden langsam sein woher wusste er das er sagte die cops die bundesbehörden ja die sprüche von den kennen wir ja schon ich wollte hier aber das sechs woche eigentlich drauf haben so das militär kämpfen um die macht die kopf sind kontakt verloren also setzen sie die bundespolizei ein der bund will nicht dass das militär hinein gezogen wird aber sie können uns auch nicht kontrollieren aufs eindringen vorbereiten aufstellung können sie uns nicht stoppen was war das dachte ich hätte was gehört ich habe nichts gehört hm waren wir jetzt doch zu laut den position stürmen ok ich will jetzt erstmal einen von denen im visier haben genau magst du videospielen? früher als yankee Türladung und räumen bring die Türladung an bring die Türladung an die kass die kass die kass die kass die kass das scheint nicht drauf jetzt hat es auch geklappt mit dem durchgang sehr schön ja wollen wir denn die die hier waren einer war das nur noch ok so jetzt sind wir da ruhig passt auf wo ihr hinschießt ich will nämlich nicht dass wir hier nochmal drauf gehen wie blöde oh ja wie geht es denn hier lang wo 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 geht es denn hier lang ähm ähm ja ich habe gerade einen kleinen Schock bekommen minimalen Schock für waren das jetzt eins drei stück minimum zu mir roger neu formieren die sollen mir mal folgen bitte ich habe gerade alleine drei tangos eliminiert ok gut die waren wahrscheinlich genauso überrascht gerade wie ich die zu sehen aber hey wofür haben wir denn ein Herz ha ha braucht eh keiner wir sind bei dir na schön dass ihr da seid und wieder ein Part vorbei